Ladies and Gentlemen, Little Nightmares. Wir sind weitergekommen, so geil. Ja, wirklich, super. Motivation ist voll, voll. Irgendwo geflogen. Oha. Ups. Das war Begrüßung. Das war die Begrüßung. Ja. Fuck. Fuck. Aha. Okay. Ja. Unglaubliches Spiel. Wirklich. Na ja. Ich hab's ja nicht gesehen. Kann ja passieren. Ich dachte, das ist hinten. Keine Ahnung. Nicht aufgepasst. Ja, Leute, nicht vergessen zu liken oder zu disliken, falls euch die Videos gefallen. Voila. And now. Ah, ich muss da. Okay. Normal. Komm. Nein. Okay, komm. Was macht die? So, jetzt geht's. Endlich. Oh. Oh. Mit Anlauf. Okay. Uff. 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 Nicht loslassen. Alles nochmal machen. Das ist so schön. Ich liebe sowas. Meine Augen zucken jetzt schon. Nein, 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 nein. Ich freue mich. Ich freue mich, dass ich das gesehen habe und es war ein bisschen zu spät, wie es aussieht. Komm. Come on. Oh. Tötet sie mich noch. Sie tötet mich noch. Warte. Klettern. 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 Oh. Hä? Das war ein bisschen... Egal. Wem interessiert es? Hauptsache, man kommt weiter. Und jetzt da drauf springen. Boah. Das ist das Beste, was ich machen kann. Und nicht loslassen. Lass nicht los. Vier Minuten aufgenommen. Und... Ja. Nicht loslassen. Oh, ich hätte fast losgelassen. Alter, das wäre zu heftig. So. Jetzt loslassen kann ich. Ich habe Angst. Okay. Oh. Oh Mann. So. Gut. Sehr schön. So. Jetzt darf ich nicht mehr sterben in diesem Part. Bin ich schon einmal gestorben. Ja. Tod gehört halt zum Leben. Das ist einfach so. Was ist... Aha. Da. Boah. Läuft voll. Dark Souls. Kann ich da durch? Nein. Okay. Logisch. Dark Souls. Joaha. Boah. Guck mal die Finger an. Ei. Ich bin fast... Fast... Fast erschrocken. Fast. 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 Ja, darf ich? So. Jetzt weiß ich wenigstens, für was die Hände sind. Äh, ich meine die Spalten. Ui. Ui. Oh nein. Oha. 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 Er kommt. He's coming. He's coming. Scheiße. Uff. Geschafft. Oh nein. Und nun? Ah, da kommt er nicht rein. Gut. Das ist gut. Wenigstens. Limbo. Limbo. Ja, ist geiles Spiel. Viel Spaß, würde ich sagen. Ja. Tod. Ja, der Zuschauer ist schon. Jetzt bin ich selber nicht schon. Aha. Nein. Oha. Oha. Okay. Oha. Also, ich denke mal, wir klettern mal hoch und dann... Na... Hä? Scheiße. Was nun? Oh Gott. Kann ich da was machen? Nein. Nein. Ich glaube, in der Mitte ziehen. Oh, fuck. Das war knapp. Scharmutat diese... Oh, was für eine Folge. Fuck. Okay. Okay, jetzt. Ich glaube, vielleicht muss ich alles mal so anlocken. Genau. So. Weg. Warten, warten. Wie lange? Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss nochmals da in die Mitte. Okay. Nein. Ich kotze gleich. Aki, danke für den Follow. Dankeschön. Sick. So. Okay, wir hoch. Ich glaube, jetzt... Immer, immer dann. So. Wieder hoch! Schaffen wir das noch in diesem Part? Wir haben noch 16 Minuten, also von daher. Oh nein. Selina, danke für den Follow. Dankeschön, willkommen. Und Prisma Wölfin und alle Dankeschön. Ups, danke für den Follow. So schön, so dramatisch. Das Lied ist so dramatisch. Ich könnte weinen. Also, ich könnte jetzt auch weinen eigentlich. Oh, du kleines Händchen. Du kleines, kleines Händchen. Junge, Junge, nicht fluchen. Ich kann mich nicht aushalten. Ja, das auch. Also. Ey, was macht... Zurück. 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 Also, ich warte jetzt. Ich warte, warte, warte. Oh, das Händchen. Komm, geh weg. Jetzt. Oh nein, was macht er? Ich kotze gleich. Wieso? Was ist passiert jetzt? Ach, come on. Ich glaub's nicht. Es geht gar nicht mehr. Fuck. Es geht gar nicht mehr. Es geht einmal, aber danach ging es nicht mehr. Hä? Oh, jetzt bin ich ungeduldig. Jetzt bin ich... Oh, das hat zu können. So, jetzt bitte. Bitte. Geh auf. So, jetzt. Okay. Ah, okay. Jetzt in die Ruhe bewahren. Also nochmal. Unglaubliche Stelle. Mervenkitzel. Okay. Ey, jetzt beeile ich mich und mach Fehler. Oh, das ist... Okay. Okay. Geduldig. Okay. Okay. Let's go. Okay. Oh, scheiße. Okay. Oh, Gott. Stirb. So. Ist er tot? Ja. Ruhe in Frieden. Er ist tot, oder? Nein, Gott. Oha. Ey. Guck mal. Guck mal. Guccio. 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 Er ist tot. Ja. Gut. Nach 20 Minuten gratuliere. Heftig. Na ja. Hauptsache, wir sind weiter. Crème de la crème. Ja. Manche Stellen sind halt bisschen... Das Versteck. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ich glaube, dass... Also der zweite... Also... Nein, warte mal. Wie sagt man? Die zweite Hälfte. Ja, ich... Ist besser. So wie ich gelesen habe. Hm. Falls das stimmt. So Bewertungen halt. Okay, Brittany. Bis gleich. Und an alle... Hallo, Leute. Willkommen. Oha. Die neu da sind. Ui. Nein. Drauf. Warte. Scheiße. Oh, was zu essen? Nein. Was ist das? Schuhe? Oha. Aha. So. Okay. Nicht loslassen. Oh Gott. Endlich. Wo geht's hin? Gruselig. Oh, guck. Den habe ich gemeint. Das ist auch ein Boss, glaube ich, ne? Oh. Ich kann... Ich kann's kaum erwarten. Wenn der Blind uns schon gestresst hat, der sieht, der kann das nicht. Ich kann ja noch sehen. Ciao, Louis. Sind das Leichen? Nein, ich glaube nicht. Leichen? Nein. Wie kommt's auf das? Kartoffeln. Müsste Kartoffeln sein. Oh, jetzt hat sie wieder... Durchfall. Da! Ratatouille. You know? You like? Yes. Was ist das? Ich weiß. Es ist bestimmt etwas, wo man nicht draufstehen soll. Aber ich weiß auch nicht. Stirb ich dann? Ich hätte schon gern... Ach, komm. Aber komm, ich mach's. Okay. Es passiert nichts. Ja. Schade. Ich bin enttäuscht ein bisschen. Ich hab gedacht... Na ja. Schmerz. Das ist sadist. Oh. Jetzt geht's gar nicht mehr. Da, Käse. Guck. Da ist Käse. Oh. Oh. Heidi, nicht. Don't. Oha. Guck mal. Das kleine, süße Mädchen. Ich will mehr. Oh. Bloody mehr. Ich liebe dieses Spiel jetzt noch mehr. Ein Spiel ohne Blut ist kein Spiel für mich. Okay. Da, nichts. Okay, gut. Aber wir kommen gut voran, ne? Also, wir sind nicht stecken geblieben. Außer die 15 Minuten bei den Blinden. Aber, ja. Sowas kann passi... Passieren. Und, okay. Nun. Kann ich klettern hier? Ja. Normal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das darüber... Genau. So muss man sein. Nichts anschauen. Und dann einfach den Weg herausfinden. Ja. Das ist Profi. Oh, Blut. Ich will mehr. Da ist vielleicht noch mehr. Hm? Das kleine Monster. Die schöne. Oh. Was kommt jetzt? Wo sind wir überhaupt? Und was ist unser Ziel? Das ist schon ein bisschen interessant. Okay. Den muss ich da drüberschieben. Gut. Können wir machen. Ja, Leute. Wie gefällt euch das Spiel bis jetzt? Was denkt ihr so? Ihr könnt ja auf Twitch oder auf YouTube meine Meinung dazu sagen. Ups. Hallo Casper. Hallo. Wie geht's? Ups. Wie geht's dir? So. Jetzt geht's. Aber ich finde, die Steuerung ist ganz gut. Lass los. An manchen Stellen vielleicht ein bisschen. Genau. Aber. Komm. Oh. Come on. Du schaffst das. So. Schnell, schnell. Oha. Oha. Was ist das denn? Fuck. Habt ihr gesehen? Die ist geflogen. Ja, genau. Wow. Wow. Ja. Das meine ich damit. Mit ungenau bisschen. Oh. Versuch. Und. Nochmal. Okay. 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 Jetzt geht's. Warten. Warten vielleicht. Oh. Gott sei Dank. Da kocht jemand. Ja. Wie es aussieht. Wie es aussieht. Ist unsere kleine Heidi. Äh. Wie soll ich sagen. Fleischfresser. Da vielleicht. Oh. Oha. Ey. Geil. Guck den hab ich gemacht. Oh. Scheiße. Was. Oho. Wir wussten. Wir haben ein Problem. Er sieht. Aber er ist langsam. Finde ich gut. Nein. Ey. Das ist aber jetzt unfair. Ich war doch weg. Wie kann er mich trotzdem erwischen. Riesen-Bug. Oder. Oder lüge ich. Habe es auch weiter gespielt. Ja. Kings. Da finde ich. Also mir gefällt es auch. Es ist ein bisschen komisch. Ein bisschen zu kurz. So. Was. So. Bewertungen. Wenn man so. Anschaut. Zwei. Drei. Klar. Man kann sich das auch. Ein bisschen. Wie ich jetzt. Länger machen. So. Ein bisschen. Mehr alles anschauen. Aber. Schlussendlich. Das Spiel. Dauert nicht lange. Gar nicht lange. So. Da habe ich. Ne. Er sieht so gut aus. Er ist wirklich knuddelig. Er ist am kochen. Oha. Ich will mal gucken. Wie er kocht. Voll gut. Oha. So. Aber die Minute ist. Um. Ja. Im nächsten Part geht es weiter. Falls es euch gefällt. Liken oder Disliken. Wir sehen uns im nächsten Part. Los. Also. Dannenf loudly.